Was ist richtig? Hast du das Handy auf den Tisch gelegt? Hast du das Handy auf den Tisch gelegt? Hast du das Handy auf den Tisch gelegen? Nur ein Satz ist richtig. Wissen Sie es? Das ist richtig. Hast du das Handy auf den Tisch gelegt? Es ist das Perfekte vom Verb legen.